Ich kann mich noch gut an die Worte meines Großvaters erinnern, als er gesagt hat, Lorenz, überleg dir das gut. Heute kann ich sagen, es war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte, Winzer zu werden. Auch wenn es nicht immer einfach ist, aber wenn man es aus vollem Herzen und mit Überzeugung tut, ist am Ende alles immer gut. Ich achte es als großes Glück, aber auch als tägliche Herausforderung und große Verantwortung, gemeinsam mit meiner Family und einem jungen und motivierten Team, dieses tolle Stück Kammtaler Kulturlandschaft bewirtschaften zu dürfen. Mit unserem Weinen wollen wir in erster Linie Freude bereiten. Uns, unserer Umwelt und den Menschen, mit denen wir sie teilen. Das muss sich einfach richtig anfühlen und deshalb ist ein ehrlicher und verantwortungsbewusster Umgang mit unseren Ressourcen und Weingärten sehr wichtig für uns. Mein Name ist Lorenz Haas-Aldram und mit unseren Weinen möchte ich nicht nur überzeugen, sondern Jahr für Jahr uns neu überraschen und begeistern.